Ah, uh, das ist voll knapp. Ja, ist klar. So, jetzt aber. Ah, verdammt, weil ich da noch schnell genug gesprungen hat geklappt. Ah, verdammt. Ah, komm 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 so hat jemand eine happy aber da muss der nachladen dann mache ich das schild fasst auf wir können kein hp verlieren mit mir ab so weiter mit dem boot alle dahin fahren zu fest doch von roh warte 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 von der insel es ist gereicht diesen wasser alle den gruppen warte 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 wochen gehen wir denn da lang wenn wir in die andere richtung in die zonen müssen steigt ein und wollte nur die glüben geschmeißen um zu einem zu machen oder warte ich gehe ich mal vor und platzieren um die feste der fängt hier kommt gleich das an den max jetzt haben wir high crown von überall keiner kann uns an den obwohl doch bisschen aber nicht so die unter russi war sonst bis direkt wieder tot um ich glaube so ein das ist ein epischen er hat er war noch okay der eine tot Ega sind vier Leute drei Leute auf der anderen sind Nummer zwei das ist ein genaubt ich habe einen genaubt ja er hat ihn für den baum da ist einer nicht die letzten gehen bitte den kronen sie kam jetzt kennt man das gehen so muss auch noch eine krone dann geht hin holt sie euch schnell oder ich nenne die ich möchte das sind zwei mir gehört die im sturm mir gehört die geht lieber die kronen und anstatt ihn zu gehen ich hab den geholt den letzten ich hab ihn so low geschossen das ist doch perfekte teamarbeit ja ich hab bereit oh nein schon wieder ganz vorn ich mag es nicht ah da bist du mit dem hut ein ich hab dich unter die schubst das ist so ein schönen hut ich mag mein hut nicht nein die ist schön das ist ein R der Hut ist männlich ich kann gar nicht so schnell hier springen wie das wie die Dinger hier rotieren voila ich krieg die ganze zeit diese scheiß starke Dinger in den Kopf voila 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 ich bin halb Türke also lasst mich ich bin halb Russland geil gut dass ich nichts gegen Russen habe boah ich bin der zweite oh ich bin auch qualifiziert ich bin auch qualifiziert ich bin elfte ich bin auch mal bis jetzt bezahl ich immer mehr fünf euro oder sechs euro was ålloo wo die Beratzen du haste du haste du haste du haste du haste du haste verurscht du haste du haste du haste du haste du haste du haste Ja, qualifiziert. Schön. Ich auch. Ich mach 35. Ja, geh hin! 55? Nochmal 55? Jetzt! Hä, warum?! Oben auf dem Berg, 90er-Headchen. Ne, ich kann nicht mit dieser Waffe nehmen. Mit die Augen nehmen. Nock, down. Gut. Der Boom ist einfach alle. Könnte ein epischer Sieg werden. Könnte, wissen wir aber nicht. Ja, wenn der andere 80 Kills holt. Geht noch so. Ich hab gar nicht so viele Kills und Runde gemacht. Doch sonst auch. Da ist keiner drin. Werden wir eben auch? Ich hab ne Gold, ne? Fünf Leute. Äh, willst du die vielleicht gegen ein... Will ich nicht. Ein Trio und ein Duo, ne? Also können wir schaffen, ne? Verschreie. Wo ist Helff? Wo sind die aber? Ja, wahrscheinlich sind die uns wieder irgendwo. Stummeweil. Das hat die hier. Gödienst. Boa, ich ist die Goldene Pump. Warum sagt mir das keiner? Wo fies nur von euch? Ich hab's gerade gesehen. 126 120 die richtigen spieler sind im busch die richtigen gewünsch 155 noch mal den busch mal ein bisschen angezündet einer stück einer noch einer bau der slow one shot einer muss ja noch irgendwo sein zwei das ist das nur noch warte wim pickaxe da hinten auf dem berg laufen wir bekommen schaffen wir laufen laufen du das ist ja nicht so ja okay der 90er hat der linke unten 55 egal der habe ich auch zu sehen getötet so fort einer markierung immer kamen wachs ist gut gespielt so dann gehe ich jetzt rüber in folge ist ja ja auch wenn du kann gestern hab ich den sieg geholt gestern hab ich den sieg geholt das ist aber sehr zeitlich zu sein ja aber da kannst du nichts machen das ist so ja ich muss erst mal gucken wie das hier geht soll ich mal durch die mitte probieren mit ist gar nicht so einfach ich habe es geschafft ich habe einmal auf die mitte geschafft und ich bin relativ da muss mir dem ist was schicken und lade ich dich auf ein server ein hallo meine auch ihren kannst du auch drauf kommen gefragt natürlich wirst du gefragt das gott gefragt oder ich habe den ja auch erst ganz neu hat ja max eingerichtet ja wir sind noch nicht alle qualifiziert da sind sie schon qualifiziert ich werde ich kann jetzt schon voraussagen welches spiel jetzt kommt ja also das wie gesagt ihr könnt mir auch gerne da folgen auch ja ist das twitch aber da habe ich bis jetzt auch gar nichts gemacht aber ich bin eher auf facebook im zeitgum kann ich mich aber schon gar nicht sagen ist das scheiße komm 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 ist das scheiße naja würde ich jetzt nur nicht sagen das wird nur gemolken das ist scheiße wenn ich meine ich muss sagen ich hätte ich möchte ja aber ich habe mich zwei Ja, die Niki, die ist nicht ganz gesund. Nein! Deswegen ist die manchmal so ein bisschen auch aufbrausend. Das darf man dann nicht so persönlich nehmen. Vorsicht! Da kommt eine Brücke, muss ich noch. Oh, verdammt, das könnte zu knapp werden! Oh, krass! Und da kommt der Gordon rein. Na ja. Das ist erstmal ein schönes Stück Baumkuchen hier. Krieg ich auch ein? Auf jeden Fall. Oh, Junge, mach doch die scheiß Trafe runter, mein Gott! Hast du gerade gesagt, Beinkuchen? Oder Baumkuchen? Baumbeinkuchen! Okay, jetzt kann man kurz die Show gewartet. Nein! Gott, Gotti! Ich schneide mir so ein Stück von meinem Bein ab. Ein Bein! Ja, wärst du nicht gerne ein Stück Beinkuchen. Aber eigentlich ist mein Messer weg. Nein, jetzt muss ich runterfallen. Was? Der Konto unterschafft ihr. Der Konto unterschafft ihr. Ja, ich bin dran. Ja, qualifiziert! So gerade noch. Aber gerade noch. Das war das in 23, 24, 23 hat man dann auch gesehen. Scher! Deine Art hat mal die PC mal wieder rausgegangen. Nein, nein, nein. Ich finde, es ist ein Song. Das ist nicht verbunden. Hast du eine 5? Ne, ich habe den Playstation 5 Controller, weil ich brauchte einen Controller mit dem ich vernünftig zocken konnte. Und ich hatte zwei Controller. Es gab der eine, der brauchte nichts. Der ging gar nicht mehr. Und der zweite, der hatte keine Software-Unterstützung mehr. Das heißt, der war praktisch auch für den Arsch. Mhm. Und danach bin ich nach einem Geschäft gegangen, wo ich in der Nähe auch immer im Kino gehe. habe da wirklich einen sehr, super Berater gefunden. Ja. Und dann sagt er zu mir, ähm, was suchst du denn? Ja, ich suche so einen Controller für den PC, aber den Controller 1 den ich habe, der bricht in die Verbindung ab. Und Controller 2 wird irgendwie softwaretechnisch gar nicht mehr unterstützt. Er so, ja. Ich so, wie sieht's aus mit dem Xbox-Controller? Er so, ja, ähm, hast du denn einen Xbox schon mal gehabt? Ich so, ne, eigentlich komme ich aus der Playstation-Ecke. Er sagt er, ja, ist doch überhaupt kein Problem. Nimmst du den Playstation 5-Controller, ladest dir ein spezielles Programm runter? Mhm. Und dann kannst du einen Playstation-Controller ganz normal am Computer nutzen. Ja. Das funktioniert auch 100%ig. Ich hab da keine Einschränkungen. Dann bewegt sich der grüne Balken schneller als der rosa, ne? Ähm, das ist unterschiedlich. Ja, merke ich auch gerade. Oh, boah! Habe ich mich aber gerettet. Da hab ich mich ab. Ich hab nur den Perzen. Und das hab ich mir gedacht. Und so, dann schauen wir doch mal. Ich hatte ja schon viele Moments, aber mehr als in die Richtung. Und so. Und so. Und ich hatte noch nie Wohler. Die 4-Tag-Roll-Lang zu einem Kinemotor. Ich wollte halt eine Aktion ab. Komm, ich hab's zu. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Die Stur. Die am Mund steht. Die weißen die wohl nicht mehr jetzt. Aber schneiden wir nun auch dazu. Geht schon los. Und jetzt doch was. Ja! ich hab das gewonnen Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte Hier gibt es jede Menge Schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop Alles was ihr braucht Na ja mal Jetzt aber zack 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 dings ich hab'n e-moji reingemacht Jetzt清en n den man sich kaufen kann okay gut kann man machen je nachdem wieder aussieht soll ich mal rein schicken ich bin sogar erster recht wo habe ich jetzt ich sag zu den knossi rossi kannst den server auch wussten was hat denn der dendekort geschrieben ah ist das ein bot ja dann ist es okay wenn das ein bot ist dann ist es okay dann ist das vollkommen richtig dass du ihn gesperrt hast ja den krieg ich den könnte ich kriegen beim nächsten mal diese runde vielleicht noch nicht aber in der nächsten runde könnte ich ihn auf jeden fall fertig machen ja genau und der navi365 lässt glaube ich auch wir wollen unseren chat sauber halten nichts mit gekauften gedöns hier ah den kriegt man damit wieder kaputt ja geschafft sehr schön sofort speichern sofort speichern sofort speichern auf geht's machen wir mal hier machen wir mal hier sagen wir aus dem hier klein holz machen wir aus dem hier klein holz ja da habe ich auch keine chance hier da ist er schon weg hier er kann ja gar nichts kann der dann gibt es noch mal hier aber wir wollen mal hier ja da sind wir mal hier doch mal hier dann geht das mal hier Oh ja, das bringt sogar sehr viel. Ah, verdammt, ich hab kein... Ich bin nicht mehr so noch Energie dafür. Verdammt, die Blätter waren auf jeden Fall stark. Aber dafür hab ich jetzt keine Energie mehr. Ich muss jetzt erstmal wieder mit Plasma versuchen. Erroll, auch geschafft! Perfekt! Ich bin gut! Ich bin gut! Und da, und da! Davon zu kurz! Woλα, wo первый, wo! Ich bin lips. Ich bin teammates. auf der seite ist er eine epische will treu hat eine geschlechtskrankheit was habe ich getan dass sie haben eine geschlechtskrankheit weil sie so bei den mädchen gut ankommen ich dachte du willst keine kills machen ich habe augen jetzt haben wir nämlich keine chance hier im epischen zu holen das hängt alles an gordon übertreibt es nicht bitte er und ein lampenfieber der ist gerade links gelaufen jawohl ja was haben sie gut gemacht wie ich habe es die meisten kills von uns allen das gibt's nicht ich habe zwei mal Ich hab den Wied auf repeat, ich hab den Wied auf repeat ich bin gar nicht bei dir macht ihr denn da ein schwein greift mich auf einmal an sein schwein greift mich einfach an das kannst du keinem erzählen der mario kart oh mein gott was geht hier ab mit kronen also ich jetzt sagen wir haben genug oder oder das ist ein du und einen sohn das ist nur dass du da oben auf dem berg runter wir sind hier und zwar will treu tut mir leid aber musste sein du dürfst keine 10 kills erreichen ich will meine 24 die hat nur 23 ich habe die wette gewonnen aber gott hat als erstes wenn jemand als erstes 10 kills hat hat er gewonnen wir haben gesagt wenn er 10 kills ja aber er ist gestorben haben wir verkleinert nein die goldene perot doch und hoffen neun sie rutscht richtig kommt zu mir die rossi danke so ein trio meine freunde sie laufen alle da hinten haben wir hier mit nebel oder so ich habe mit nebel ja und schön gefeffert das hier quack das weit das noch der schickwerk das war das auch noch ach ja viel zu einfach schnell drück vier eck das ist ein vier eck digger ich bin auf pc die ganze zeit so zu mir ja ich habe mich gehalten bleibt doch stehen ja guck mal von hier oben ich weiß gar keine sehen keine gegner okay oder ist das der den ich verbrannt habe vielleicht ist er ja auch verbrannt ohne kommt die zone kommt aber kann die musik aber immer noch gut hören bei dir aber das ist ein sehr gutes mikrofon muss ich muss dir vorstellen rossi wenn du es auf null hast also dein handy ich habe nur zwei mal auf lauter gedrückt ich weiß aber du hast ein gutes mikrofon es sind sehr viele umgebungsgeräusche selbst wenn ich jetzt nur meinen ort also von der einen seite wo mein mikrofon oder von der anderen seite immer aus gehört wenn ich der stunde wäre wenn ich das sogar nur macht dann bist wo wir sagen wir sagen wir haben von da oben ich wollte die von da oben treffen ja schön bist du nicht noch an denn ist seuer da sind vier leute auf dem werk das ist schon fast 5 hp 5 hp 9 hp ich hab sie abgefackelt ich hab 16 kult glaube ich ich hab das beste auf twitch video gesehen und nice danke danke wenn du ein epischen sieg holt dann bist du das war nur nice weil ich dabei war nein alles gut ja wenn du ein epischen sie kurz wirst du wieder drin dann kannst du der schule angeben ja da muss ich erst mal in die schule kommen ich habe ja noch ferien ja aber nicht mehr so lange noch zwei wochen ja wir gehen ja gut so krumm nein das ist noch vier leute wie sie davon aus dass man hier dann zum rassen die konkurren hier kommt zurück aus haus aus guck mal was das netto kannst du kommen aber schießen das verkratschießen irgendwo am 300 ja die sind 50 ich habe dann damit getroffen da hinten aber nur einer gut vom buch von mir mit getroffen die highlight niemals mit mir und ross hier ein leben sonst gibt es eine da hätten wir noch jemand irgendwo habe ich auf jeden fall im augenblick glaube ich ja da ja warte ich mache dann dahinten ich glaube da hielt sich gerade ich liebe es zu snappen der auto um ist es heute treffen ich bin jetzt nicht der beste das macht einen doppelten action einfach der heftige oder einer das muster kommt jeder sekunde ein schritt ist okay was ich mache das ist ja auch die art ich versuchte ich versuchte uns zu raus kommen das naja keine experimente kein problem euch das zu sagen wie das hier geholft kein problem okay das war schon zwei jahre dazu da und wir müssen erst mal zum neustadt werden also dementsprechend dreidels und sovierer-team zusammen haben wir ganz gut schon so schießt naja sonst wären wir jetzt zweit gegen drei das wäre nicht so gut aber warte bleibt mir ein bisschen bei mir und wenn du jetzt vor rennst ja Mama ich bin aber gerade in der Runde und ich kann nicht Janine lass deinen Grund jetzt gerade zocken das ist wichtig da ist da hinten ja ich habe schon gesehen ist auch so ein Bananaboy ja ein Bananaboy auch wir sind ich bin schon wieder in das passiert nur noch so gut ist dass wir heute wieder zurückholen wenn die karte auf sammelt und dann an diesem bus und ganz die leute dann zurückholen okay das wird eine runde hier jemand kann auch ohne haben ich bin schon von den Bananen kopf Larry willst du vielleicht okay einer jungs das wird ein Film aber es hälfte es irgendwo im haus was lassen wir das haus abgehen ja aber die heute sind gleich nicht mehr innerhalb der zone dass wir hinten rüber gehen Richtung zone wenn er da rauskommt so länger schon sind oh ja ich habe ich was fahrenes ne der ist nicht im haus okay das wird ein free win für und oder irgendwo auf dem Berg jetzt oder das ist jetzt so ein pro der alles rockt der ist einzeln das schafft er nicht das helfe im gebüsch oder so und da auf den bäumen ja ja der ist ja der zohle gestorben oh nein hier rennt schnell nein der war hier vorne auf ihn geschossen weil Didi Kong hat das Gewicht weggeschnitzelt und ich hab das hinter ihm gesehen und hab dann sofort aufgehört ich habe 17 gehitziger das ist die beste Runde von heute okay mach ready 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 Schapi Schapi weg 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 aus der Stille alle einsteigen einmal das hat noch 900 Leben gestärkt gleich wieder das hat ihn ja sie 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 hat ihn oha der hat guten Lutz gut 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 ich bin okay ich bin ich muss hier über den Greis rumlaufen im Schulzahn irgendwo abgeschossen im Schulzahn irgendwo abgeschossen Banani ich hab ein Banani guck mal zu mir ich finde ich dass mein Bananenfoll nicht stirbt guck mal her ich hab runter gesprungen ich fang dich auf okay dann noch guck mal her guck mal her ich hab sogar deinen Freund guck mal her ist deine Nase zu weil du hörst sie an als ob die Nase fließt ein bisschen so Banani ab jetzt ist das ein Käpt'n ab wie ich denn warum fang ich denn was ja du bist du hast Chili gefangen ich bin in der Fischigang also du bist jetzt schneller ich bin in der Fischigang ich bin in der Fischigang aber ich mag Bananen trotzdem mehr Nein lass den Fisch bitte nicht bitte nicht mein Bruder essen bitte nicht bitte nicht mein Bruder essen wir können wir wüften von dir aus wir wüften 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 aber warum müssen wir jetzt wüften weil ich dachte ihr seid ein Schwere 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 Nein ich doch nicht und wenn nicht nimm die auseinander ich brauch ein ich brauch ein ich hab's ich hab's ich muss grad dein Bruder köln oh mein Gott das war nice sehr nice ja schade hat er fast ein das Endgame 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 zwei Leute leben noch hab ihn nein das war episch das war episch ich grüße ich grüße ich grüße Dennis 14 und ich grüße Diddykong 09 danke und wenn du so ich grüße ich grüße ich grüße ich grüße